So, was bekommt man denn hier geliefert? Auf jeden Fall eine sehr laute Schelle, eine sehr massive Schelle, das ist Metall, ist aber nicht allzu schwer, sie ist schön klein. Man bekommt einen kleinen Imbusschlüssel mitgeliefert, da schraubt man hier die Schraube raus und unterhalb des Imbusschlüssels gibt es zwei verschiedene Längen von Spannbändern. Und durch das Schrauben des Imbusschlüssels wird eine Schraube nach innen gedreht, hier drin ist ein Gegenstück und dieses Gegenstück, das sorgt dann dafür, dass sich das an den Lenker ran drückt und damit es eben nicht verrutscht, ist auch noch hier dabei ein Gummiband, was man vorher hier drum kleben kann. Allerdings, was nicht dabei ist, ist eine Anleitung, man muss also selber drauf kommen, wie das funktioniert, das finde ich ein bisschen schade. Dafür entschädigt das wirklich sehr markdurchdringende Schellen, so kann man das schon sagen. Und hier ist es mal eben nicht an einem Lenker festgemacht, sondern an einem Geschenk und auch dafür ist es wirklich sehr gut geeignet, weil es hat nichts Spielhaftes, es tut genau das, was es soll, nämlich sehr, sehr laut schellen.